Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Es ist mal wieder Rumble Zeit. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, und hier haben wir nach einem wirklich sehr durchwachsenen Start endlich mal ein bisschen Glück hier mit The Cool Guild, die hier fast gar nicht kämpfen. Also wir haben jetzt zwei Matches, die ersten beiden Matches verloren. Hat unfassbar wehgetan, war nicht wirklich schön. Gehen wir gleich hier, Stuffington Academy. Wiege-Schulabschluss. Die noch hinterher. Ja, jetzt hat sich das Thema auch schon erledigt, wie man sehen kann. Da passiert nichts mehr. Hier noch die Fahrt School Jimmy Junior. Komm, ist egal. Jetzt, wir machen einfach irgendwas. Das ist eine glatte 100. So. Erstes Match, eine glatte 100. Weiter geht's. Zweites Match. Gucken wir mal, was hier passiert. Match Nummer 2 am Start gegen Xeng Sabar. Da haben wir einmal einen Bobby. Und hier möchte ich gleich First Hitten um hier die Chance. Hier haben wir jetzt 49 Angriff. Mit dem 6er Bonus wären wir bei 55 Angriff. Das reicht, um da oben den Peter gleich zu zerstören. Und jetzt haben wir das Ding auch schon gewonnen. Und jetzt haben wir das Ding auch schon gewonnen. Da passiert jetzt auch nichts mehr. Das ist rum. Ja. Nochmal gegen Xeng Sabar eine glatte 100. Und hier haben wir jetzt ganz deutlich gesehen, was passiert, wenn da oben nicht noch irgendwie ein Schild oder sowas kommt. Da kannst du nämlich dann echt, da ist die Karte einfach weg. So. Dann haben wir gegen Rob, Rob, Cap, Crab. Rob, Rob, Crop, Crop, Crop. Crop, Crop, Crop. So. So. Hier haben wir jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich ist der Biegeschuleabschluss hier mit das stärkste. Die wiederum hier ist auch mega krank. Halt durch viel Gas. Aber ich fange mit dem Biegeschuleabschluss an. Das hat jetzt auch fast funktioniert, würde ich sagen. Leider nur fast. Ich könnte jetzt hier den Kleptobänder spielen. Ich vermute sogar, dass das jetzt aktuell mit besser ist. Ja. Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen einen Push von der Seite. Kann natürlich... Ja, jetzt ist das Ding rum. Also jetzt spätestens ab dem Zeitpunkt ist es gelaufen. Weil jetzt kommt da nochmal ein Punch in Höhe von 22 mit hinzu. Und dann haben wir das Ding hier gerockt. Auch nochmal eine glatte 100. Da sind wir bei drei Perfect Matches. So. Jetzt gucken wir mal weiter. Das nächste. Oh. Da wird jetzt auch mal von der Seite gekämpft. Gegen MX Red Ninja ist alles ein bisschen unfair gerade. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Ich fange jetzt erstmal hier mit an. Jetzt hat er ein Olive Addict. Ja. Was soll er denn machen? So. So. Hier. Allerdings muss man schon ehrlich zugeben. Ja. Ich lasse das jetzt einfach so fertig. Da wird ja eh geheilt. Dancing Cans. Haben wir die nächste 100. 4 mal 100. Fertig. So. Nächstes Match. Aipopot. Und das ist jetzt hier. Naja. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier würde ich 42 Schaden machen. Und diese Aipopot. Ja. 92 Leben. Ein 15er Fry. Und dann kommt er hier mit sowas. Naja gut. Ich nehme es gerne. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da jetzt mega dankbar dafür. Weil. Alter. Was habt ihr denn nur für Karten? Ein Boom. Also da jetzt. Sorry. Da greife ich mir doch tatsächlich an den Kopf. Ja. Ich meine. Das ist ein 15er. Ein 15er Fry hier am Start. Da. 97. Da denke ich mir. What the hell. Ja. Jetzt. Jetzt. Jetzt knallt es gewaltig. Und dann kommt er mit lauter Epics. Äh. Was hat er gemacht? Hat er nicht. Hat er nicht auf sein Defense Deck geachtet? Oder was? So. Kels. 69. The Cool Guild. Kann mir keiner erzählen. Dass der keine legendären Karten hat. Die er ins Deck packen kann. So. Lila. Da haben wir schon 50 Schaden. Gleich von Anfang an. Jetzt haben wir gleich noch mehr. Es kommt nämlich noch die mit hinzu. Und ja. Jetzt passiert da auch nichts mehr. Das Ding ist rum. gegen Kels 69. Noch mal eine glatte 100 geholt. So. Dann das nächste Match gegen. Das weiß ich nicht. So. Hier gegen. KU. 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 I. H. G. FI. J. 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 Ja. Hier habe ich natürlich nicht viele Möglichkeiten. Ich kann jetzt einfach mal mit der Blurz Ball anfangen. Und dann schauen wir mal. Was war da raus. Das reicht nicht. 37. Aber das macht halt auch kaum Schaden. Also selbst wenn ich jetzt hier den einfach mal so runter cripple. Ich komme jetzt mit der Mind Jalap. Oh. Die habe ich ja noch gar nicht erforscht. Habe sie trotzdem vorhin ins Deck gepackt. Das war jetzt natürlich ein bisschen dämlich. Aber macht jetzt auch nichts. Die hält jetzt schon ein bisschen was aus. Also. 99 Punkte. Muss ich echt noch schnell erforschen. Naja komm. Die drei Matches kriegen wir jetzt auch noch rum. Ich freue mich erst rein. Nur ein Pack Opening gemacht. Will ich noch hochladen. Das wird es nicht heute. Aber. Äh. Ja. Mein Jalap. Ist jetzt mega ärgerlich. Aber gut. Was willst du machen. Wir fangen jetzt an hier mit der Absinthe. Ah. Wenn ich das gewusst hätte. Ne. Wenn ich das jetzt gewusst hätte. Dann hätte ich genau anders herum gespielt. Jetzt. Äh. Das ist jetzt nicht so schön. Das ist jetzt überhaupt nicht so schön. Jetzt. Jetzt werden mir Punkte verloren gehen. Durch diesen blöden Eggnock Roger. Aber gut. Das ist mir jetzt auch relativ. Und jetzt. Also. Jetzt hocken wir. Rocken wir das Ding hier noch schnell durch. Und dann. Das. Oh. Hier. Ja. Das ist aber zu spät. Wenn ich es anders herum gespielt hätte. Na ja. Ist egal. Komm. 96 Punkte. Sind jetzt nochmal vier Stück flöten gegangen. Damit kann ich irgendwie leben. Das geht schon. So. Ja. Schauen wir mal. Hier ging Red Par. Fangen wir mit dem Peter an. Dann haben wir hier. Den Sexualkunde Peter. Eine Lila. Und das war's. Ach komm. Wir gehen jetzt noch mit der Schimaske nochmal dran. Und dann haben wir es gepackt. Bam. 100. Matches rum. Ein Match haben wir noch. Ja. Das ist jetzt wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber die haben aber auch trotzdem auch hier. Ein paar gute. Wie man hier sieht. 13er Bänder. 92 Leben. Ist jetzt natürlich die Frage. Ne. Was machen wir hier. Also wir könnten. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich anfangen mit dem. Ich fange mit der Biegeschule jetzt einfach an. Fertig. So. Und da habe ich jetzt folgendes Problem. Das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht. Aber macht mir auch jetzt nichts aus. Ne. Ich muss jetzt den Bänder erstmal spielen. Ah. Das hat aber jetzt zum Glück ganz gut funktioniert. Und jetzt bin ich im Match drin. Jetzt ist es gelaufen. Jetzt kann da auch gar nichts mehr schief gehen. Es gibt eine glatte 100. Das war es gegen Friyu von The Cool Guild. Ja. So ein Bänder ist nicht wirklich gut. Als Charakter. Hat Ding. Macht keinen. Keine Probleme. So. 32.000. Wir haben noch eine Stunde zu spielen. Ich glaube da brauchen wir nicht drüber zu reden. Dass das Ding hier gewonnen ist. Hier haben wir. Xenxa Bar. So ein paar. Gegen die ich gekämpft habe. Aipo Pot. Da der Friyu. Der hat 600. No. Die Zahl des Teufels. 666 Punkte geholt. Wir gucken bei uns mal rein. Ich hoffe, dass es bei mir jetzt gereicht hat. Irgendwo da oben. Wenigstens mich da in der Top 5 zu platzieren. C.T. Heisen. 997. Sensationell. Gabriel D. 995. Mark Foul. 993. 990. Sweezy. 992. Sie mal. 985. Georgios. 980. Andrelo. 975. Knuckster. 993. Outlawdeak. 992. 775. Magalowen. 500. 992. 775. X-Strike. 992. 775. 3. 972. Okay. Wo waren 990. Marunga. 965. Dale. 995. Player. 995. Rista. 953. Badass. 951. Ads. Raffi Traffi. 938. Klischloss. 808. Rock Lee. 804. Mach Joseph. 882. It's Odd. Oh. Auch. Macht auch was. 877. Ich glaube, das gibt aber nur. Lord Universe. 871. Olly Zett. 856. Finn the Human. 852. Quarkmüller. 840. The Hulk. 763. Moby. 795. Raman Fox. 731. Shashirin. 709. Max Max. 693. Elizabeth. 609. Ash Blueface. 677. Juliana. 643. Dann komme ich. Aber ich bin ja. Habt ihr ja gesehen. Ich hab ja alles gewonnen. Und dann kommt dieser Mesa Ministry. Mit 9. So. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen noch um. Dann schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schalt es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown. Mit mir, dem Herrn Gleichschaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.